Wie viel ist das jetzt? Was? 13.000 Blei? Das muss reingepatcht worden sein, oder? Also ich habe hier eine neue Ditev-Version gepatcht gehabt vor, keine Ahnung wie viele Folgen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in der neuen Version das so gemacht hat, dass wenn Blei generiert wird, dass es mehr Felder sind und auch mehr drin ist. Und das ist jetzt irgendwie ein neu geladener Chunk und deswegen ist das so viel? Oder hatte ich bisher immer nur Riesenpech? Aber das ist super. Das Kobaltfeld stört ein bisschen. Aber ist mir egal. Ich muss dich jetzt eigentlich kurz allein lassen. Äh, das ist nicht übertrieben. Das ist sogar viel zu wenig. So, du bleibst jetzt genau da, tust nix. Du wirst nicht angegriffen und du wirst nicht zerstört. Alles gut. Ich muss das Blei nach... Oh, da ist noch ein Blei. Ich muss das Blei nach Hause bringen, damit es schon mal eingeschmolzen werden kann. Ähm, 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 ähm. So, Blei, Silber, go. Also, Blei, Silber, äh, Leichen. Mh, ähm, Speak and Do, die wir nicht benutzen werden. Ähm, Sampling Machine 2, die wir nicht nutzen werden. Ähm, pfff. Du, du, du. Und geh. So. Dann wieder zehn Daffen bauen. Und der Spur wird zum Glück folgen. Was nehmen wir noch unten? Ja, noch unten. Da. Ah, da ist gut. Und ich komm' nicht ran. Zack, 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 zack. Wie viele sind's noch? 9000. Also, das ist super. Weil ich hab mir schon richtig Gedanken gemacht gehabt, wie kriegt das jetzt hin, dass ich alle Robo-Ports auf MK1 oder sogar MK2 bekomme und die besseren Schmelzen und so weiter. Und ich wollte nicht immer jede Folge irgendwie losziehen müssen und Blei von Hand teilweise abbauen oder in diesen kleinen Dingern. Das wäre mir ein bisschen zu nervig geworden. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie eine riesige Zeitraffer-Folge machen müssen oder mehrere Cuts und das wäre alles doof gewesen. Deswegen ist das jetzt echt super, dass wir es bekommen haben. Also, Blei, kein Problem mehr. So ein Feld bräuchten wir jetzt noch für Zink. Ähm, und dann bräuchten wir wahrscheinlich... Achso, wir bräuchten auch sehr schnell Kupfer. Äh, sollte ich gleich machen. Äh... Hihihi. Ja, das dauert auch bis der 9000 nachgebaut hat. Ich will aber jetzt nicht alleine lassen hier. Kann ich irgendwas Produktives tun, während ich hier bin? Kristallformation braucht... der Vierer, ne? Ich gucke. Baum weg. Baum weg. Baum weg. Baum weg. Ich brauche Fünfer oder Sechser. Schade. Ein paar Kristalle wären auch ganz nett gewesen. Schon wieder Autosave. Gut. Ich nehme dich einfach mal mit. Ich lasse das hier so stehen. Und ich komme einfach zwischendurch wieder hierher, um den Blei abzubekommen. Weil, ne? Kupfer ist bald aus da oben. Und ich hätte ganz gerne Ausposten da. Also noch einmal Blei abliefern, denn sollte ich genug Blei haben für alle meine Bleisorgen. Ich stelle das mal auf 400, damit ich auch schon mal ein paar Bleizahnräder von Hand bauen kann. So. Und jetzt da oben bräuchte ich aber den Sechser-Drill. Für den Sechser-Drill bräuchte ich die Bleiplatten. Die Bleiplatten müsste ich eigentlich jetzt bekommen. So, das hier wollte ich nicht. Geht's? Geht's? Nein. 56 Lämpel brauche ich. Also fehlt echt nicht viel. So müsste es gehen. Ding. Dann hätte ich gerne hier. Die da. Und ich hätte gerne dich. Mit Lampen nach oben. Dahin. Ja, doch. Weiter. Auch wenn hier keine Roboabdeckung ist. Aber die mache ich gleich. Das ist kein Problem. Mach einfach ein, zwei Abstand. Da hinten. Dann sollte es da auch gelb sein. So, ihr holt alle Kupfer. Wie schaut's aus? Wir haben 115.000 Eisenerz. Das ist gut. Wir haben 19.000 Eisenplatten. Das ist okay. Hätte ich gerne mehr. Ich hätte gerne 100.000 oder so. Kupfer ist nicht existent. Weder in Plattenform noch in Erzform. Und das beunruhigt mich ein wenig. Weil es ist eigentlich genug hier zum Abholen. Roboter sind allerdings alle ausgelastet. So, das dürfte ein bisschen helfen. Aber nicht viel. Hm. Vielleicht sollte ich doch die Kisten bei der Kohle nicht auf aktiv machen. Was sollte nicht so viel ausmachen? Na gut. Also selbst wenn jetzt wieder Kupfer hergestellt wird. Es wird eine ganze Weile dauern, bis alle benötigten Kisten wieder aufgefüllt sind mit den ganzen Ressourcen und so. Also, hm. Mache ich mir nicht so viele Gedanken da drum jetzt am Anfang. Ich gucke einfach erstmal hier runter. Draht wird produziert. Chips werden gebaut. Ist okay. Wie schaut's hier aus? Ich meine, wir können bald mehr Türme bauen. So, dazu brauche ich auch. Nee, stopp. Wir brauchen die Batterien einfach nur. Und ich tue es schon wieder. Ich mache schon mal 10.000 Sachen nebenher. Also, konzentriere dich, Gerogon. Du willst ein MK6 Minitril bauen für ein Dingsaußenposten. Kupfer. Ein Kupferaußenposten. Du willst Batterien dir schnappen für die Muniz... Nee, nicht für die Munition. Ich wollte Türme bauen. Für die Monsterfalle. Die wir eigentlich diese Folge machen wollten. Oder letzte Folge machen wollten. Es fehlt Raw Topaz. Chance. Es ist Raw Topaz. Hä? Chance auf Topaz. Ja, das ist jetzt nicht gut. Also, die dürfen nicht alle verbraucht werden. Wie mache ich das am besten? Du musst ein intelligentes Ärmchen werden. Du tust bitte nur rein. Chance auf Topaz. Wenn Chance auf Topaz im System größer als... Andersrum, oder? Wenn Raw Topaz kleiner als... 100. So, das heißt... Vielleicht geht's jetzt raus, ne? Sollten keine reingelegt werden. Richtig. Okay. Sehr schön. Muss ich nur jedes Mal umstellen, wenn ich das hier auch umstelle. So. Woran habe ich das jetzt hier? An stinknormalen Batterien. Oh, nein. Nein, 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 nein. Gibt's schon wieder Probleme? Mö. Was? Alles voll mit... Öl? Speed. Speed. Gibt mir mehr, mehr Batterien. Gut. Jetzt hat übrigens jemand angemerkt, dass ich da noch ein bisschen was an Schwefel habe im System. Also könnte ich zum Beispiel hier auch eine Kiste hinbappen, die ich sogar schon habe. Und das ganze Schwefel hier einfach hin transportieren lassen. Könnte auch ein bisschen helfen bei der Produktion. Vor allem wird denn das hier entlastet und das braucht dieses Petroleumgas. Mit Petroleumgas haben wir eh nie wirklich viel. Und dann passt das irgendwie. Ihr seid schon super schnell. Ne, hier ist es okay. Also das Batterienfehlen ist halt echt doof. Aber das passiert immer wieder. Also es mangelt nur an den Batterien, hm? Dann baue ich die immer wieder zwischendurch, wenn das passt. Und dann ist es okay. Also. Türme sind in Arbeit. Mining Drill. Ein Fünfer Mining Drill wird gebaut. Dann brauchen wir ganz viel Tungs. Nämlich fünf von. Und wir brauchen 250 Lila Chips. 250 Lila Chips wird eine interessante Herausforderung. Oh stimmt, Forschung. Da. So. Ihr kriegt alle. Was bietet die Module? Und ich mache mal irgendeine Forschung, die schnell geht. Wie Pollution Production Module. Warum nicht? Aber wenn die alle mal angeteinkt werden. Dann wollte ich das noch umstellen. Genau. Aber wir haben jetzt inzwischen doch etwas einfache Mittel und Wege an die Rand zu kommen. Also sollten noch ein paar mehr eingelagert werden, damit nicht immer einer da ist, reingelegt wird, denn Roboter erst angefragt wird. Oh, rubbel bitte einen neuen Trank, den der hier hinfliegen muss und so weiter. Das ist ja alles unnötige Wartezeit. Okay. So, also 500 Dill ist in Arbeit. Und 6 Dill brauche ich einfach nur hier umstellen auf 500. Dann müsst ihr mir genau 500 anliefern. Aber wir haben wie viel im System? 4.300 Dunsten. Das ist also kein Ding. Forschung ist fertig. Juhu. Äh. Auto? Kostet auch Blei. Alles kostet verdammt nochmal Blei. Äh. Ich will eigentlich gar nichts forschen gerade. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass wir nicht so viele Ressourcen verbrauchen, wie wir könnten. Also ich gucke heute mal noch nicht hin. Ist okay. Wir haben 3000 Blei Erz. Wir haben immer noch, komischerweise, nur noch da 400 Blei Platten. Ist okay. Ähm. Da. Wir brauchen drei, fünf Drills raus. Habe ich voll verplant. Also krank. So krank ist das. Du geh mal auf. Ne, bleib auf 200. Ich hole mir das von Hand. Hier irgendwo. Nein. Bei den Schmelzöfen war es hier. Alles. Oh. Wir kommen nicht her mit dem Rubber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wird doch durchgehend gemacht hier bei den Farmen. Wird es doch, oder? Ja. Kurios, kurios. Oh, da fallen mir gerade ein paar Zuschauer mit da rein. Zum einen, dass ich doch ein paar neue Construction Boards bauen sollte. Weil die ja teilweise recht lange rumgestanden haben und abgeschossen wurden und so. Das, ja. Ich könnte es gerne einfach anschmeißen. Mache ich auch mal. Du stell. Die Pollution Module sind so cool, die noch drin sind. Du stell bitte her, Construction Bots. Auf. Nicht bekannte Zeit. Brauche ich keine Speed Nudel reinsetzen, weil die sind ja eh immer schnell. Hier müsst Ben Speed Nudel rein, weil das dauert echt ewig. Hier sind nur noch alte Fabriken. Das ist nicht so toll. Hatte ich euch nicht schon umgebaut? Hämchen? Ne, wollte ich noch machen. Gut, also Construction Bots wird hergestellt. Das nächste. Diese Fabrik hier muss weg. Weil die stellt Panzerbrechner Munition her, die in einer anderen, die da hinten zerstört wird. Das ist ein wenig peinlich. Habe ich jetzt aber auch behoben. Gut. Dann. Lila Chips. Das ist problematisch. Wo ist Draht? Da. Du frisst jetzt mein ganzes Zink auf. Wie viele Zink haben wir im System? Sehe ich das irgendwo? Ne. Zink ist nicht sichtbar. Äh. Hilft nichts. Ein Wochen. Oh, warte. Geh nicht. Ich stehe ganz viel Bundled Wire her. Brauchen wir für die ganzen Dita Chips. Das war mein Zink. Puff. Oder? Ja, kommt kein Zink mehr. Gut. Und du machst den hier. Und füllst das bitte einmal auf. Du brauchst ebenfalls Zink. Ja. Also ich muss jetzt nochmal Jackpot. Jackpot haben. Ich muss nochmal so ein Feld finden wie unten beim Blei. Nur halt für Zink. Das. Ja. Das ist nicht so schön. Ähm. 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 Da ist der erste Fünfer. Und dafür brauche ich auch Zink. Gut. Also ja. Das muss ich wirklich machen. Das heißt. Ich setze jetzt nochmal spaßeshalber. Hier müssen wir es um. Damit die Robotale panisch was zu tun haben. Und dann ziehe ich los. Oh. Erstmal Platz machen. Weg. 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 Ähm. Weg. 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 Ja. Keine Spieler wieder anfordern. Äh. Die nehme ich auch kurz mal raus. Wegen Platz. So. Was brauche ich? Ich brauche diese langen. Darf ein paar mehr. Und los geht's.